Ich habe jetzt wieder Lust, das erste Customize weiterzumachen. Da ist das letzte Mal mit dem vielen Erd. Da bin ich am 7. September zuletzt in der Welt. Das heißt, im langsamen Monat, im knappen Monat, wird es langsam wieder Zeit, dass ich dieses Customize 1 wieder nachmache. Damit werde ich allerdings woanders hinziehen. Also kompletter Neuanfang. Also ein kompletter Neuanfang, ziehe woanders hin. Leider nicht die nötigte Berechtigung. Aber ich werde mich erstmal umbringen, wenn alles weggeht. Das dauert mir dann die Amartes so lange. Erstmal alles weg. 10.000 Punkte und jetzt werde ich hier gespawnt. Jetzt werde ich das Mal ein Weichen woanders hinziehen. Weil da irgendwie die Chunks anders generiert sind. Ich sag mal, ich teleportiere mich in eine komplett neue Gegend. Dann sag ich mal, bla 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 bla. Und pascalen die eingeben. Und damit ich einfach eine ganz neue in den Beginn machen kann. Ganz neu. Die Cheats werde ich eigentlich nicht mehr benutzen. Das war jetzt nur eine Ausnahme. Dass wir die Cheats benutzen, war nur eine Ausnahme. Das wird auch hoffentlich bleiben. Ja, ich bin jetzt... Ah, ich bin jetzt... ...unter Wasser bin ich. Ich schaffe jetzt noch hoch. Ja, ganz knapp noch. Mit nur noch einem Herz. Aber es ist ganz knapp geschafft. Jetzt hat sich das auf zwei regeneriert. Aber jetzt habe ich kein... Kein... Also nicht mehr genug Hunger. Also jetzt hat es regeneriert sich jetzt nicht mehr. Da hoffe ich einfach mal, dass ich hier, in der, eine neue Art Let's Play, also eine Art zweite Staffel, also ein Neubeginn, mit Teil 21. Weil das ist da, wo ich nämlich ursprünglich herkomme. Da ist irgendwie die Welt durch eine Generierungsfehler da. Und hier Monster irgendwo. Oh, das ist ein Skelett. Da ist schon mal ein Skelett, aber ich muss erst mal die Holz besorgen. Ein Skelett ist nicht schön. Zombies sind hier auch noch. Ich bin von diesem Skelett hier. Ich bin natürlich jetzt völlig ungeschützt. Ich bin dann noch ein Holzschwert. Ich bin schon mal die Holzbetrachter. Und dann noch... ...ein Holzschwert machen. Wo ist das Skelett hier? Noch ein Zombie, dann müssen wir die Nachbar abwarten. Und dann können wir die Nachbar abwarten. Oh, das sind die andere Kuh. Das ist die Kuh, aber... Vielleicht liegt mich zum Glück noch nicht. Oh, das Fleisch, wobei denn... Oh, da ist dieses Wattenfleisch an ihm, wie viel drin ist. Das kann man für kurze Zeit vielleicht, aber nicht dauerhaft auffüllen. Weil er durch den Hunger hinzugefügt wird. Und wir müssen vor allem jetzt Sticks machen. Ich krieg noch mehr Setzdinge ab. Und wie reif ich mich von der Erde hier. Oh! Nicht jetzt. Ich hab das aber überlebt. Und mehr Glück habe ich kaum. Hat nur noch diese 15. Oh, da komm ich gar nicht. Vielleicht die letzte Rettung hier. Und die Sandsteine hier abzubauen. Und vielleicht 5 Sandsteine krieg ich dadurch noch. Jetzt bin ich hier oben angekommen. Ich wollte mich gleich hier runtergraben und dann falle ich direkt runter. Und da. Ich bin hier oben. Ich bin hier oben da. Ich bin hier oben da. Ich bleib vielleicht erstmal verbrennen. Ja, ich will erstmal Stein haben. Ich wollte eigentlich dass hier Steins gekommen. aber stein zu kommen neun stein 11 steine da habe ich 8 im ofen und dann noch 3 steinspitzacke das wird wieder hell 11 koppel ich kann jetzt ne stein pick machen steinspitzacke und steinschwert er soll hier noch einen ofen machen dass ich mir nicht das hier braten kann ich glaube da würde ich lieber 2 setzlinge aufbrauchen setzlinge kann man hier verfeuern wenn ich das hier gebraten bekomme wirken setzlinge brauche ich gerade nicht sticks kann man auch wieder dann wird dann nach oben teleportiert eisen abbauen jetzt raten wir hier 16 ab hier holzpitzacke will ich natürlich auch noch aufbrauchen das dauert bei kohle solange das abzubauen jetzt die kohle abbauen ja 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 das spitzacke auch kaputt jetzt ist sie auch kaputt ich habe noch mal ein bisschen eisen ab aber ich hätte jetzt noch ein bisschen mehr eisen abzubauen das ist ein vielfältiger zweck voll oh Diamant kann ich jetzt noch nicht abbauen Diamant und das ist das Kontro sagt kann ich nicht mitnehmen ich habe keine eisen spitzacke ich habe keine eisen spitzacke ich habe keine stank spitzacke das ab Bruchstein ich wollte jetzt ein 64er stack abbauen hier ich kann natürlich später dauerhaft auf Diamant umsteigen jetzt habe ich 64 ich muss natürlich noch ein bisschen besseren Weg hier hin bauen Bruchsteine Sandsteine Sandsteine und jetzt dass wir den Ofen anschmeißen 64 Eisenerz damit ich dann noch ein paar Diamanten abbauen kann und hier den dass dann diese Art Insel komplett abbauen zu können oder ist ich muss mal gucken ob das wirklich nur eine Insel ist dann kann ich nämlich hier ein riesiges Haus entwerfen also oder ist sonst ein riesiges Haus drauf scheint nur eine relativ große Insel ja ist auch nur eine relativ große Insel mit gleich zwei Lavaseen hier sind noch einer hier nein drei Lavaseen sogar drei Lavaseen hat die Insel davon muss ich dann erstmal zwei außer Kraft setzen das meine ich die alle mit Obsidian also das alles aus Obsidian machen um das dann abzubauen jetzt habe ich fünf Eisenbahnen dann kann ich jetzt mal hier zack Stick Eisenspitzhacke und eine Schere bauen Schmiedekunst erzielt und jetzt erstmal das hier so zu bauen hier kommt überall Korbel hin und dann kommt hier drüber Sand wie sieht man das nämlich so Sand das hier auch Korbel hin Korbel, 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 Korbel da haben wir das so den Weg hier ausbauen so den Weg hier ausbauen aber die natürlich noch sieht dann aber schön aus so den Weg nach unten haben so den Weg nach unten haben so den Weg nach unten haben so den Weg hier ebenen so den Weg nach unten so den Weg hier ebenen so den Weg nach unten so den Weg nach unten zackt jetzt ist es hier relativ dunkel gold und diamant kann ich jetzt abbauen die ne ganz wie gold 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 wollte einfach mal wieder wissen das alte minecraft customer als einziger müssen wieder einen aufruf nehmen dass ich da auch hier vielleicht doch noch ein paar mehr follower also abonnenten bekomme abonnenten diamanten diamanten aufgetreten diamant hier ich habe das nahrzeuge kann man auch immer gut gebrauchen nämlich nicht nur für herrn gut ist sondern auch für zauberungen also die ganzen level verbrauchen einfach braucht man weniger level also da muss zwar 30 level haben um überhaupt 100 level 30 verzauberung zu machen 1 wenn er nur drei abgezogen das heißt man hat dann die mutige level aber kann die 30 verzauberung nicht mehr machen dann seit der 1 von 8 geändert ist das verzaubern nicht mehr so aufwendig für den level jetzt habe ich auch ein paar diamanten mit diamanten kann ich jetzt mal auch einfach ein stück holz mit einem diamant machen kann oder diamant rüstung jetzt mal genug holz abbauen jetzt mal den kompletten walz abholzen werde ich natürlich jetzt nicht mit teil 1 machen sondern mit teil 2 wie sonst vielleicht den schwerpunkt hier legen die insel auszuleuchten bevor ich das erste haus baue und das haus soll natürlich stetig erweiterbar sein und werde dann oder ein riesigen oder männer verbauen und wenn ihr zwei holzarten zur verfügung hier gewonnen normale eichen ein eigener kleiner wald in einem riesigen ozean anscheinend auch schon wieder dunkel die achse sieht man bei der diamant der schere die blätter wo das holz da ist das holz wenn man den stamm abholzt dann verschwinden die blätter was eigentlich ganz logisch ist weil das holz nicht da ist dann kann es auch nichts halten oder nichts könnte das hier halten hier sind auch noch ein paar bäume abholzbereit ich bin schon bei 20 minuten aufnahme dunkel werden ich heute noch zwei bäume ab hier oder das war der letzte erst mal für diesen part zumindest weiter der letzte da braucht auch noch ein apfel noch ein das war mir selbst eine aufnahme klar aber da sind auch diamanten ich hoffe dass der fall das gefallen hat gibt dafür daumen nach oben teilt dieses video mit dem bekannter werde und abonnieren dann mache ich weitere dieser part bis dann und ciao